Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Donnerstag, der 23. Februar 2023 und heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen, die sich jetzt ja doch final dann korrektiv präsentiert hat, aber doch eher auf der Unterseite so ein bisschen durchzuschnaufen scheint. Und vielleicht, vielleicht ist das sogar ein Zeichen von Stärke. Wir werden in den kommenden Minuten auf jeden Fall mehr dazu hören und vor allem, welche Einzeltitel in diesem Zusammenhang von Interesse sein könnten. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun, zunächst einmal die Frage, wo stehen wir übergeworden? Wirklich Neues hat uns die Wall Street am Mittwoch nach der Attacke und dem zeitweisen Fall auch hier unter die 4000er Marke nicht liefern können. Es bleibt dabei, dass wir aktuell mit einem Test der 200-Tage-Linie rechnen sollten, nachdem ja in den vergangenen Wochen alle Wirtschaftsindikationen auf eine in der zweiten Jahreshälfte dann doch nicht geldpolitisch expansiver agierende US-Notenbank FED hingedeutet haben. Sollten sich jetzt aber in Folge dessen dennoch Käufer finden und die 200-Tage-Linie trotz dieses restriktiven geldpolitischen Ausblicks gehalten werden können, dann wäre dies meiner Einschätzung nach eher ein starkes Signal und machte in einigen einzelnen Aktien vielleicht sogar in den kommenden Monaten eine starke Performance denkbar. Besonders, wenn sie vielleicht sogar in aktuell hippen Sektoren agieren. Und einer dieser hippen Sektoren könnte, auch wenn wir uns da gerade noch so ein bisschen im Winter vielleicht befinden, wie wir gleich herausfinden werden, der Kryptobereich sein und somit die Aktie von Coinbase, dem Betreiber einer Handelsplattform für Kryptowährungen. Coinbase hat am Dienstag Nachbörslichtzahlen vorgelegt und diese schauen meiner Einschätzung nach summa summarum gar nicht so schlecht aus. Hätten allerdings jetzt wiederum nach dem jüngsten Kursanstieg von weit über 100% gegen die Allzeittiefs vielleicht besser sein müssen, um dann weiteren Optimismus kurzfristig jedenfalls unter den Marktteilnehmern zu schüren. Schauen wir auf die Zahlen. Coinbase wies einen Verlust pro Aktie von 2,46 Dollar pro Aktie aus. Besser als die Erwartung der Wall Street allerdings, die mit einem Verlust pro Aktie von 2,55 gerechnet hatte. Auch beim Umsatz konnte Coinbase überzeugen, wies ein Umsatz von 629 Millionen US-Dollar gegenüber seitens der Wall Street erwarteter 590 Millionen US-Dollar aus. Allerdings, die Einnahmen, die brachen im Vergleich zum Vorjahr um fast 75% ein. Der Kryptowinter, von dem ich gerade schon sprach, macht Coinbase auch weiter zu schaffen. Das macht sich dann eben auch in einem nicht bereinigten Nettoverlust von 557 Millionen US-Dollar bemerkbar. Nun mal zum Vergleich, vor einem Jahr hier hatte Coinbase noch einen Nettogewinn von 840 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Aber nochmal kurz zurück zum Kryptowinter. Auch die Nutzerbasis von Coinbase, die schrumpft weiter. Das Unternehmen teilte mit, dass es im vierten Quartal 8,3 Millionen monatliche Transaktionsnutzer, kurz auch MTUs, Monthly Transactions Users, hatte, gegenüber 8,5 Millionen noch im vorangegangenen Zeitraum. Analysten allerdings, die hatten mit nur noch 8,22 Millionen Teilnehmern hier gerechnet. Und in diesem Zusammenhang konnte Coinbase diese Erwartung zumindest übertreffen. Das Handelsvolumen ging gegenüber dem Vorquartal um 9% auf 145 Milliarden US-Dollar zurück. Die Transaktionseinnahmen gingen gegenüber dem Vorquartal um 12% auf 322 Millionen US-Dollar zurück. Was unter wiederum dem Konsens der Wall Street von 327 Millionen Dollar lag. Für das erste Quartal 2023 prognostizierte Coinbase Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen von 300 bis 325 Millionen US-Dollar sowie Restrukturierungskosten von etwa 150 Millionen US-Dollar. Die Diversifizierung der Einnahmequellen weg von reinen Handelsgebühren war für das Unternehmen tatsächlich eine große Priorität, wobei Abonnements und Dienstleistungen hier im Mittelpunkt standen. Und die Traktion in Produkten wie zum Beispiel Staking oder Earn und auch Custody, die generierte im vierten Quartal über 200 Millionen US-Dollar. Schon seit Mitte des letzten Jahres durchläuft Coinbase ja grundsätzlich eine Restrukturierung, hat seit Juni 2022 zwei große Entlassungsrunden durchlaufen, um Ausgaben zu reduzieren. Im vergangenen Monat hat Coinbase 20% seines Personals abgebaut, im Jahr 2022 wurde die Belegschaft bereits um 18% reduziert. Der CFO von Coinbase, der sagte, dass sich die Märkte im laufenden Quartal im Vergleich zum vierten Quartal 2022 erholt haben und dass sich die Marktbedingungen selbst in einem einzigen Monat wirklich weiterentwickelt haben. Und dadurch habe Coinbase im Januar Einnahmen aus Transaktionsgebühren in Höhe von 120 Millionen US-Dollar erzielen können. In Bezug auf Investments im Kryptobereich bleibt Coinbase also durchaus ein Blick für eine spekulative Beimischung wert. Allerdings muss man ganz klar auch sagen, auch wenn es sich um einen hippen Sektor handelt, dann sollte man dennoch die Entwicklung im Kryptobereich genauestens beobachten und man sollte sich hier, wenn man sich in Engagements wiederfindet, dem entsprechenden sogenannten Newsflow folgen. Denn zum Beispiel könnte das Geschäft von Coinbase durch mögliche SEC-Maßnahmen beeinträchtigt werden. Die SEC, das heißt ja die US-amerikanische BaFin, die plant nämlich aktuell bzw. kokettiert mit dem Gedanken, bestimmte Arten von Kryptowährungstoken zum Beispiel und Kryptodiensten als Wertpapiere regeln zu lassen. Und in entsprechenden Tweets von CEO Brian Armstrong und dem Chief Legal Officer Paul Greval wurde in diesem Zusammenhang zwar bereits vorgeschlagen, bei solch einer Regelung dagegen zu klagen und solch eine dann anzufechten, aber nichtsdestotrotz den Kurs negativ beeinflussen, den dürfte solch eine Meldung allemal und sollte genauestens beobachtet werden. Das war Coinbase. Börsenkürzel C-O-I-N. Dann wollen wir uns einen Blick werfen auf ein anderes heißes Segment im aktuellen Umfeld. KI ganz besonders oder künstliche Intelligenz. Und in diesem Zusammenhang Baidu, ein chinesisches Unternehmen, das die gleichnamige Suchmaschine betreibt. Baidu am Mittwoch vorbörslich mit Zahlen und diese konnten sich absolut sehen lassen. Baidu übertraf die Umsatzschätzung für das vierte Quartal, getrieben durch starke Zahlen in den Bereichen Werbung, Cloud und eben künstliche Intelligenz. Der chinesische Suchmaschinen-Gigant, der den größten Teil seiner Einnahmen aus Online-Anzeigen erzielt, sieht derzeit eine Rückkehr der Werbetreibenden, nachdem China bzw. die dortige kommunistische Partei die Zero-Covid-Politik ja aufgehoben hat, primär mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Aussichten des Landes zu verbessern. Besonders gefallen dürfte den Marktteilnehmern und Investoren allerdings die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 5 Milliarden US-Dollar, was derzeit tatsächlich etwa 10% der Marktkapitalisierung Baidus entspricht und ausgehend hier von meiner Einschätzung nach zumindest als signifikant bezeichnet werden darf. Schauen wir auf die Zahlen. Der Quartalsumsatz belief sich auf umgerechnet 4,8 Milliarden US-Dollar, was über der Erwartung der Analysten von 4,65 Milliarden US-Dollar lag. Die Einnahmen von Baidu Core, das suchbasierte Anzeigenverkäufe, Cloud-Angebote und seine Initiativen zum autonomen Fahren umfasst, gingen um 1% auf 25,7 Milliarden Jouan zurück. Die Forschungs- und Entwicklungskosten von Baidu, die beliefen sich auf 21,4 Milliarden Jouan, was 22,4% des Umsatzes entspricht, resultierend aus dem Plan des Unternehmens, seinen Chat-GPT-ähnlichen Ernie-Bot unter anderem in die Cloud, intelligente Autos und Haushaltsgeräte zu integrieren. Der KI-gesteuerte Chatbot, der von vielen als Chinas vielversprechendste Antwort auf die von OpenAI entwickelte und ja bekanntlich von Microsoft unterstützte Plattform angesehen wird, soll dann im März die internen Tests abschließen. Der Baidu-CEO Robin Li sagt in diesem Zusammenhang, Der chinesische KI-Markt steht kurz vor einem explosiven Nachfragewachstum und setzt einen beispielslosen und exponentiellen kommerziellen Wert frei. Baidu ist das beste Beispiel für das langfristige Wachstum des chinesischen KI-Marktes und schreitet an der Spitze dieser neuen Welle voran. Li fügte hinzu, dass die Entwickler von Ernie-Bot keine Mühen gescheut haben, um sicherzustellen, dass der Chatbot so früh wie möglich verfügbar ist. Ergänzend zu diesem positiven Ausblick gab Baidu bekannt, dass das Board of Directors ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt hat, wie gerade schon gesagt, im Rahmen dessen das Unternehmen dann bis zum 31. Dezember 2025 bis zu 5 Milliarden US-Dollar seiner Aktien zurückkaufen kann. Die von Baidu hier beschlossenen Rückkäufe können von Zeit zu Zeit auf dem freien Markt zu vorherrschenden Marktpreisen, aber auch in privat ausgehandelten Transaktionen, in sogenannten Blocktrades und oder dann auch auf andere gesetzlich zulässige Weise erfolgen. Abhängig von den jeweiligen Marktbedingungen und in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Vorschriften natürlich. Der Vorstand des Unternehmens wird das Aktienrückkaufprogramm regelmäßig überprüfen und kann eine Anpassung seiner Bedingungen hier und auch des Umfangs genehmigen. Das heißt zusammengefasst, Baidu ist auf jeden Fall interessant als Investment. Allerdings sind wir jüngst doch etwas, ich möchte mal sagen, steil gegangen. Und der jüngste Top-Out im Bereich hier um 160 US-Dollar für den ADR ist noch nicht abgeschlossen. Ich würde jetzt erstmal sehen wollen, ob wir uns über 130 US-Dollar in der Lage sind zu stabilisieren. Dann allerdings wäre das ein erstes positives Zeichen. Jetzt kommt ihr an dieser Stelle allerdings ein großes Aber, das wir auch hier im Podcast schon entsprechend zum Thema gemacht haben. Als Beimischung im Portfolio sind chinesische Titel grundsätzlich weiter ganz, ganz vorsichtig zu genießen. Die sich jüngst hier wieder ganz besondere verschärfende Rhetorik zwischen den USA und China, auch im Hinblick jetzt auf Russland zum Beispiel, die mögliche Unterstützung Russlands durch das chinesische Militär, mahnen definitiv zur Vorsicht bei Investments in via ADR gelisteter chinesischer Titel, besonders in den USA. Das war Baidu. Börsenkürzel B-I-D-U. Final wollen wir einen Blick werfen auf Palo Alto Networks, US-amerikanisches multinationales IT-Sicherheitsunternehmen, dessen Kernprodukte eine Plattform umfasst, die Firewalls und cloudbasierte Angebote anbietet, die diese Firewalls dann um weitere Sicherheitsaspekte erweitert. Auch Palo Alto Networks am Dienstag nachbörslich mit Zahlen und diese waren wirklich, wirklich stark, was sich dann auch in der Performance der Aktie am Mittwoch deutlich zeigte, mit Aufschlägen von zeitweise weit über 10%. Schauen wir auf die Zahlen. Palo Alto Networks wies ein Gewinn pro Aktie von 1,05 Dollar bereinigt aus, gegenüber seitens der Wall Street lediglich erwarteter 78 Cent. Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen überzeugen, wies hier einen Umsatz von 1,66 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteter 1,65 Milliarden aus. Laut einer Erklärung des Unternehmens stieg der Umsatz in dem Quartal, das am 31. Januar endete, gegenüber dem Vorjahr um 26%. Der Nettogewinn, der belief sich auf 84,2 Millionen US-Dollar oder 25 Cent pro Aktie, verglichen noch mit einem Verlust von 93,5 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der CFO Deepak Guleca, der sagte, unser Fokus auf profitables Wachstum spiegelt sich in unseren Q2-Ergebnissen wieder und weiter. Infolgedessen erhöhen wir unsere Cashflow-Marge und unseren operativen Rentabilitätsziele, während wir uns weiterhin darauf konzentrieren wollen, die Effizienz in unserem Geschäft zu steigern. Palo Alto Networks hat nun drei aufeinanderfolgende Quartale profitabel gearbeitet, nachdem es ein Jahrzehnt lang rote Zahlen geschrieben hatte. Und tatsächlich steht man bereits jetzt da, wo man im Jahr 2021 ankündigte, im Jahr 2026 stehen zu wollen. Und das veranlasste den CFO dazu, zu sagen, wir glauben, dass wir jetzt die Kriterien für die Aufnahme in den S&P 500 erfüllen. Für das dritte Quartal erwartet Palo Alto Networks einen bereinigten Gewinn von 90 bis 94 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,695 bis 1,725 Milliarden US-Dollar. Deutlich auch hier über der Erwartung der Wall Street, die mit einem Umsatz von 1,74 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 78 Cent gerechnet hatte. Und auch für das gesamte Geschäftsjahr konnte Palo Alto Networks mit seiner Prognose die Erwartungen der Street hier deutlich übertreffen. Er wartet einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,97 bis 4,03 Dollar, deutlich über dem, was seitens der Wall Street mit 3,42 Dollar erwartet wurde. Als Investment ist Palo Alto Networks definitiv einen Blick wert, meiner Einschätzung nach, sollte es tatsächlich zu einer Aufnahme in den S&P 500 kommen. Das würde nämlich realistisch kurstreibend wirken, denn Portfolio Manager, die müssten die Aktie dann zwecks Abbildung des S&P 500 in ihre Portfolios aufnehmen. Und das wirkt eben kurstreibend. Und Palo Alto Networks könnte in den kommenden sechs bis zwölf Monaten somit realistisch über 190 US-Dollar ausbrechen und somit auf neue Allzeithochs streben. Das war Palo Alto Networks, Börsenkürzel P-A-N-W. Und das war der Admirals Aktien Podcast heute, am Donnerstag, den 23. Februar 2023. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch morgen hier in den Wochenschluss am Freitag wieder reinhören würden. Verbleiben bis dahin mit einem Happy Trading. Passen Sie auf die Stops auf, haben Sie sich wohl, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.